Ich bin Maurice, Receiver und ich bin der Unikorn der Woche. Und das ist der Tag des Jahres. Ich bin Receiver, ich muss die Bälle fangen und die Touchdowns machen. Eigentlich komme ich aus Mannheim. Und weil ich aber unbedingt den Erfolg wollte und besseres Coaching wollte, bin ich dieses Jahr nach Schwäbisch Hall gewechselt. Und mein Dad fährt mich halt immer ins Training und dafür bin ich ihm halt unendlich dankbar. Mein Special Unicorn Skill ist so zu reden, dass mich in Schwäbisch Hall niemand versteht. Also aller Hauptlonger.